Ich hoffe, dass jetzt hier der Gerät irgendwo vielleicht noch mal ein bisschen Zertusquats hat, aber es sieht sehr schwarz aus, was es angeht. Ja, das ist ja, ne? Ist ja toll. Und nun? Jetzt kann ich die Welt noch mal absuchen und ein Zertusquats finden. Einen geladenen, wohlgemerkt. Ja, das ist ja, ne? Eine andere Möglichkeit, das irgendwie zu laden, ist ja nicht... Das Ding hier wächst und wächst und wächst vielleicht. Ich versuche jetzt hier nahe zu denken, wie das vielleicht noch gehen könnte. Vielleicht... Nicht hier rein, auch nicht da rein. Kann ich das vielleicht... Hier in so eine Batterie packen? Ich meine, das kriegt ja auch Energie. Das wäre ja auch zu einfach. Gut, die sind auch nicht geladen. Ne. Das wird so leider nix. Also braucht er wirklich ein Ladegerät für... Oder habe ich vielleicht irgendwo... Wir müssen mal nach Hause. Wir haben da noch unsere Sammelsurium-Kisten. Vielleicht haben wir irgendwo noch was. Lass mich mal gucken. Lass mal das Mammut gucken. Das wird schon. D-Di-Di-Di D-Di-Di D-Di-Di-Di-Di-Di Ach ja... Ich muss gar nicht erwähnen, was da für ein Spiel ist, ne? Wo die Musik bekommt. Ihr wisst das. Habe ich das 50 mal erwähnt. So. Meine Sammelsurium-Kisten. Sehe wie folgt aus. Die sehen ganz schön scheiße aus, weil da ist auch gar nichts drin, dass ich irgendwie gebrauchen kann. Danke. Sonstige letzte Hoffnung? Habe ich glaube ich nicht mehr, ne? Oder, warte mal. Ich gucke mal ganz kurz. Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit, Zerto-Squads aufzuladen. Zerto-Squads. Aufladen. Hm. Nee. Ich kann. Naja, die Mod habe ich nicht. Wir haben keine Zerto-Squads-Ärze, ne? Ich habe keine andere Wahl. Ich sehe mich gezwungen, nochmal ganz kurz auf eine Höhlentour zu gehen und hoffen, dass wir irgendwo ziemlich schnell ziemlich viel Zerto-Squads finden. es hilft halt nix. Ich mache mir jetzt auch, ne? Ich werde jetzt mal nicht die Monster anschalten. Ich will nur ganz kurz Zerto-Squads haben. nur ganz kurz. Ich hasse es auch, ne? wieder in irgendeiner Wand hier rum zu hängen. So. Zerto-Squads. 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 Machst du mal ein bisschen Zerto-Squads. Achja, hier unten waren wir mal. Na, wenn da Schaufel irgendwie gegen Steinen ist meistens nicht so effektiv. Kann ich ja nochmal auslesen, wie gut es klappt hier, irgendwo irgendwas zu finden, wenn man einfach mal irgendwo lang buddelt. Wie man sieht, teilweise gut, teilweise eher mehr. Ich habe natürlich jetzt auch keine Fackeln dabei oder so, ne? Aber gut, Fackeln habe ich. Das ist ja auch sehr spontan, was wir jetzt hier gerade machen. Sehr spontan einfach mal auf Tour für Zerto-Squads. Oh, du mein Zerto-Squads. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber anscheinend waren wir hier mal. Jetzt werde ich die Fackel nicht. Ist so. Ich weiß gar nicht, was für ein Level hier Zerto-Squads überhaupt kommen kann. Kann auch mal ein bisschen in die Öl gehen vielleicht. Man muss ja mal, ne? Gucken. Wir sind ja vielfältig in unserer Abbauart. So viel Zeug, was jetzt hier auch im Wend rumhängt. Damit will ich jetzt gar nicht erst wieder anfangen. Zerto-Squads. Zerto-Squads. Oh, du mein Zerto-Squads. Jetzt haben wir zwei Quads gekriegt, ja? Oder hier fliegt noch irgendwo was rum. Ich glaube nein. Jetzt habe ich mich schon fast gefreut. Das war auch nur ganz normales Status Quads. Okay. Aluminium. Das ist Aluminium. Ich nehme das ganz kurz mit. Das hätte auch Lava sein können. So ein Glück war es das nicht. Oh, jetzt nervt hier das Dingens hier. Es ist Cooper. Cooper. Alles, was irgendwie so ansatzweise hell ist, ne? Erstmal gucken, was ist denn das? Gleich kann ich nichts mehr sehen. Wer ist schuld? Meine Hose. Nicht zitieren. So. Ähm. Ja, das ist ja jetzt alles ganz toll. Aber, aber wie soll ich denn jetzt hier alles mitnehmen? Das habe ich natürlich nicht bedacht. Was ist das? Ich habe keinen Platz dafür. Ich nehme das mit. Ich hätte gerne hier einfach so direkt so Mülleimer, weißt du? So. Jetzt kommt die Hose. Gucken wir mal weiter. Irgendwo muss es doch hier noch Zertus Quads geben. Hoffe ich. Es kann sich nur um Stunden handeln. Mein Hammer ist auch gleich defekt. Was will man mehr? Da muss ich jetzt gleich hier auch noch natürlich. Ihr kennt mich. Ich sammle die ganzen Rotz hier, was hier an Materialen rumliegt, alles ein. Da kann ich nichts. Das kann es ja auch so nicht liegen lassen. Da stolpern noch irgendwelche Quipper drüber. Also außer die Steine hinten. Können sie drüber steuern. Das ist mir dann auch egal. Ne? Och komm. Wieder mal. Es ist dunkel. Und düster. Kein Zertus Quads, kein Zertus Quads, kein Zertus Quads. Okay. Wir holen uns ganz kurz hier Materialien. Machen wir ganz kurz Abstecher zurück nach Hause. Und dann kommen wir wieder und buddeln weiter. Klingt das noch ein Plan? Ich finde schon. Da ist Stein, da ist Rotz. Da ist irgendwas. Wenn ihr seht, kann er mal weg. So, noch irgendwas. Da ist noch Silber oder so. Jo. Da ist... Blei oder so. Das ist nicht Blei. Das ist nicht Blei. Auch nicht Blei. Das ist etwas. So. Dann, wie gesagt, wir machen uns hier einmal... Ein bisschen was breiter. Dann muss ich nicht wieder durch den Boden fallen. Das muss ich echt nicht haben. So. Waypoint Nummer 46. Ja, ich glaube nicht. Auf ins Industriebeet. Ja, gut. Mal gut. Bisschen Profi. Ähm. Einfach mal die Materialien hier rein. Wie auch den ganz normalen Zertusquartz hier. Meine Taschen werden so voll sein. Das ist so furchtbar. Ich packe den Schlüssel hier rein. Ich werde ihn niemals wiederfinden. So, entleeren wir mal unsere Tasche. Wo auch die wichtigen Enderperlen drin sind. Mit den Eisenbahnen würde ich gleich nochmal ganz kurz zur Schmiede hin. Meinen Hammer reparieren. War alles besser. So. Ähm. Irgendwo war doch hier auch nur so eine leere Kiste. Fast leer. Ist auch okay. Ich werde die Dinger nie wiederfinden, ne? So. Das da rein. Das da hin. Ich werde vielleicht auch die... Ähm. Dinger. Mit dem, mit dem... Ach, das geht nur mit nem geladenen. Ähm. Zertusquartz. Ich hab jetzt gedacht, ne? Ja, Zertusquartz. Ernst. Einfach mal, ne? Durch... SAG-Mahlwerk. Jagen. Ja, nie. Nee. Nee. Also, also, nee. Das klappt ja gar nicht. Kacke. Hm. Aber nun gut. Wir versuchen dennoch das Beste draus zu machen. Wenn das Beste nicht reicht, dann eben das Allerbeste. Oder so. Ich weiß auch nicht. Oh, die Tasche ist mal... Äh. Die Truhe ist voll. So. Ganz kurz. Nach da vorne hin. Immer ganz kurz reparieren. Immer so viele Dinge, die ich nur ganz kurz mache. Ja. Ich fang an wie meine Vorgesetzten, die halt immer sagen. Ja, aber Herr Mammut. Das dauert doch ne 5 Minuten. Hm. Jetzt wisst ihr, woher ich sag. Von meiner Arbeit. Es geht ganz schnell. Kapper, 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 kapper. Ja. So. Reparieren wir den Scheiß hier. Das war jetzt ein bisschen Eisenverschwendung, aber... Wird wir wieder einen funktionierenden Hammer haben? Auf lange Sicht. Ist das okay. So. Und dann wieder zurück ins Glück. Yeay. Und hier, die hier kann ich mal dahin packen. Und das mal dahin. Da will man einmal ein geladenes Sertusquatschstück, ne? Eigentlich wollte ich jetzt hier stupide Räute weiterbauen. Und du kommst mal wieder zu nix. Warum? So. Frag mal die Nachbarn. Ähm. Ne. Ich mein. Frag mal die Motz. Dahin. Und gleich ist mein Invitabil zugemüllt mit rotzigem Schrotzstein. Sehr toll. Hab ich mir gewünscht. Da ploppen sie alle auf. Toll. Und wenn man halt irgendwann mal wieder Material... ...ein braucht... Das ist normales Theater Quarz, ne? Nehmen wir das trotzdem mal mit. H慈 reveal. Das ist ein gut. Aber hoist. Ich bin ein guter Schrotzstein.